Musik Das ist einmal Big Air, das ist die normale Disziplin, das ist der Weitsprung ins Wasser. Dann haben wir noch Speed Retrieve, da geht es um Schnelligkeit, da muss der Hund ein Dummy in weiter Entfernung holen. Und dann haben wir noch Extreme Vertical, da springt der Hund möglichst hoch. Musik Die Hunde sind super auf den Turnieren. Der Hund von unserer Teamkollegin Maxi räumt eigentlich fast immer den ersten Platz ab, von einer anderen Teamkollegin Sarah. Der Hund hier im Hintergrund hat auch mehrere erste Fätze gemacht und unter anderem in der Deutschlandwertung dieses Jahr den zweiten Platz, glaube ich, gemacht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020